Herzlich Willkommen zu Assassin's Creed Unity in dieser dunklen Gasse ja ich würde sagen wir machen mit der Serie weiter wer sich jetzt wundert warum da unten links das zweite Rätsel lösen steht ich habe gerade versucht eine so eine Nostrogramos Mission zu lösen die allerdings nicht funktioniert hat weil ja da war halt dieses Zeichen da an der Wand und ich habe es auch entdeckt aber das kam einfach nichts also vielleicht habe ich einen Fehler gemacht oder so aber ich wollte es nur mal ausprobieren ja erstmal gucken was da vorne los ist wird auch länger kein Assassin's Creed Video mehr hochgeladen die ganze Zeit nur Wolfenstein ich glaube ich kann erstmal meine Sachen hier aufladen wenn das geht ausnahmsweise sogar bezahlbar da war ich schon mal bei dem Hausverbrecherbande wo so ich würde sich zwingend akzeptieren und nachfolgen und halt akzeptieren ich weiß nicht okay machen wir machen wir machen wir die kurze es ist ja nicht viel wenn wir dafür 1500 Frans kriegten das ist ja ganz Standard das ist ja ganz Standard oh das war's schon oh da ist noch eine Truhe oh oh hallo 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 tja kannst du ihn in der Hölle besuchen 2a noch er wollte jetzt in der Hülle besuchen die Uhr sie sind und gucken muss so um ab geht so So. Die Sonne geht langsam wieder unter. Schön. Der Prophet. Oh wei. Ich ahne es. Aber wir machen es trotzdem. Es kommt Verstärkung bevor der Meister hier eintrifft. Wir werden Schützen postieren. Hier steht alles. Erledigt das. Alles klar. Sollen wir mit Ihnen gehen? Mit der Leibwache des Meisters? Die kommen schon alleine klar. Ich suche mir mal ein schönes Verstehen bevor der Rest von denen eintrifft. Was will ich auch sagen. Lafreniere. Für Gelegenheit. Okay. 4 Zugehörige 42 Wochen. 5 Verstecke 4. Da komme ich runter in die Kanalisation. Die werde ich denke ich mal öfters benutzen. Okay. Da diese Ausrufezeichen. Die Attentatsge-mögliche-mögliche-möglichkeit ist weiß ich auch nicht mehr wo. Bevor du noch was merkst. Ich schalte mal sorgfältig alle Alarmglocken aus. Erstmal bevor die ganze Mannschaft hier eintrifft. So viel wie möglich vorbereiten. Vorbereiten. Okay. 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 Na. Ja. Hat er sich umgeregt. Oder hätte ich besser darauf achten müssen. Kommt der jetzt? Perfekt. Na. Noch ein paar Liste zu kommen. Der steht gerade. Ja. Vielleicht steht er sogar ganz günstig. Ich schickt zumindest nix. Da ist noch ne kleine Chest. Möchte Sinn? Na. Ich glaube nicht. Ich hab noch vierzehn von den Dingen. Digga. Was los? Ah. Drei. Zweimal. Scheiße. Ha ha ha. Aller Schwede, ne? Da hast du da. Also. Hm. Hier. Können ist das. Okay. Nicht schlecht. Paar Pferdeäpfel. Kann ich da unten durch. Crouchen. Na. Kommt der? Komm. Ich kann. Also. Hm. Müsste ich glaube ein bisschen mehr Anlauf haben. Komm ich von der Seite ran? Oh. Alles klar. Okay. Sabotierte Alarmglocken zwei von vier. Da brauchen wir noch zwei. Jetzt lauft doch mal anständig. Ich könnte übrigens auch mit meinem Controller spielen. Soll ich das mal ausprobieren? Okay. Warte. Jetzt spiel ich mal mit dem Controller. Ich muss. Das ist irgendwie aufstehen. Ich weiß nicht ob's ne gute Idee ist. Also so lauf ich geduckt. Ne. So wenn nicht. Geducke ich denn? Das ist Deckung. Ähm. In Deckung gehen. B ist. X ist Waffe ziehen. Adler Auge ist Y. Und sonst noch. Das ist das. 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 Hm. Das ist nix. Das auch nix. Wie kann ich denn crouchen? Aha. Hm. Vielleicht bleibe ich doch lieber ein bisschen bei der Tastatur. Naja. Bleibe ich lieber. So. Vielleicht wenn. Wenn. Ich muss mich da erstmal reinfuchsen. So wie es wie es alles geht mit den ganzen Tasten. Kann ich den ausschalten? Warte mal. Geht der jetzt in meine Range? Perfekt. Hat sonst noch einer gesehen? Nein. So. Erstmal die Dokumente hier beschaffen. Hier steht genau wo Lafreniere sich zu welchem Zeitpunkt aufhalten wird. Ja. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Okay. Sehe ich das irgendwo? Kann ich nochmal angucken? Karte der Schutzmaßnahme. Okay. Äh. Dann. Vollbildmodus. Ähm. Ich kann mir das jetzt ja nicht alles auswendig merken hier. Da sind noch Leute. Drei von vier. Und da hinten noch eine. So viele Knochen. Das gibt's so. Berge von Knochen und Schädeln. Bietz. Ich bin ja immer im Büro. Das ist das wofür Dinge sind. Stehen denn da die Wachten oder ... ... sich als Plan erhalten und der Stützungsgelegenheit? das noch ein Ausrufezeichen, da gehe ich auch mal kurz hin, bevor ich mich schlafen lege. Ah, verteidigen. Nur noch einen. Das wurde kaputt. Ups. Check. Check. Mach ihn fertig. Oh, scheiße, wie heute noch einen umbringt. Können wir auch gar nix. So. So. Ich sammle die anderen. Wir halten hier die Sterne. Und decken euch den Rückzug, wenn es sein muss. Dankeschön. So. Ein passendes Ende, du Bastard. Auf nie mal wiedersehen. So, jetzt haben wir hier im Keller noch ein bisschen Unterstützung. Das zweite Rätsel. Ah, muss ich das dann lösen? Ich kann das wohl nicht auch so abbrechen. Muss ich dann versuchen das zu lösen, aber... Ich habe sogar mit Anleitung versucht und es hat nicht funktioniert. Nun denn, ich denke dann können wir uns zurückziehen und warten bis die Herren kommen. So. Die Leute sind da unten. Gut. Da werden die lang laufen. Da sieht man... Achso, das hat mich jetzt alles eingeprägt, wenn man die sehen kann. Da läuft er dann so rum. Mhm. Krasser Shit. Gut. Das heißt da... Ah, da kann ich... Da weiß ich denn... Wo ich mich gut positionieren kann. Wo er lang läuft. Damit ich... ihn killen kann, irgendwie. Ich brauche irgendwie... eine... so einen Heuhaufen. Achso, ich gehe einfach irgendwo in einen Heuhaufen, wenn ich überhaupt einen finde. in einem Heuhaufen warten. Ja, ja, schon klar. Wie sieht es hier aus? Schlecht. Hier läuft nie durch. Kannst checken hier. Ja, da läuft er durch, da läuft er durch. Da läuft er durch. Ja, da warte ich eh kurz. Get in der Heuhaufen und... Warten. Ich liebe es, wenn mein Ziel zu mir kommt. Ja. Ich glaube, das war aber auch der einzige Heuhaufen hier auf dem Gelände. Oh, jetzt hast du kalte Füße gekriegt! Komm her! Ich erledige den Rest! Lafreniere. Das ist schon ein krasser Boss von den Templern da. Die Wahrheit ist in Gefahr, meine Brüder. Sie wird bedrängt von allen Seiten. Jakobiner legten sie auf die Streckbank, vergewaltigten sie für ihre populistische Propaganda. So. Falsche Propheten wischen sich unter das Volk und versprechen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Bastarde! In unserem eigenen Orden fordern falsche Brüder, dass wir die Wahrheit verleugnen und verbünden sich mit eben jenen, die wir bekämpfen. Ich gehe jetzt erst mal. Weißt du, warte, ich schmeiße mal eine Rauchbombe hin. Scheiße. Was war jetzt wichtig? Heute ist die Wahrheit auf unserer Seite. Hunger! Kommt nur alleine ok, gut. Und läuft! So, Attentate aus der Deckung haben wir 1 von 3. Soll ich mal ein bisschen Spaß auf die Party bringen? Oh, sind das viele. Da ist jetzt natürlich keine. Wo ist er? Los, nimm den Arsch da. Okay, mach mal so. Ich muss erstmal warten. Nee, der stirbt mir da doch jetzt nicht weg, alter. Ich war so gut. Krieg ich einen Doppelkill hin, ohne dass er das da vorne merkt? Nein, krieg nicht. Ja, jetzt kommen die ganze Anderworte. Okay, das war's. Warte. Nochmal von vorne, geht das? So kann man das nicht. Nein? Nee. So geht das nicht. Ach, Mann. Ja, klar, nee. Jetzt sind alle auf dem Plan. Aber dann können wir hier auch. Geh er sofort runter, du Arschloch. Wie sieht das denn? Moin. Wie sieht's mit meiner Verteidigung aus? Puh, der Gang durch die Katakombe. Hallo. Okay, also die Katakombe, jetzt bin ich einmal unten durch. Schon mal eine ganze Woche ausgeschaltet. 80 Meter ist ja weit weg, Alter. Keiner hat's gesehen. Da sind drei auf einem Fleck. Natürlich ideal positioniert. Ne, vierte sogar. Meine Herren, für euch habe ich da die feinste österreichische Ingenieurkunst. Die Moskete Modell 1791. Sie ist stärker als das alte Modell und bietet bessere Reichweite und Präzision. Der Herr Meister scheut keine Kosten, um seine besten Truppen mit den besten Waffen auszustatten. Und der Rest von uns kriegt sich Steiner und Küchenmesser. Unfassbar, dass wir diesen Ort stürmen sollen, nachdem sie das Lager zerstört haben. Ruhe, ihr zwei. Tch. Die Männer kennen ihre Kriege. So, da vorne da ist einer. Oh, 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 attention, attention. Ja. Das stimmt etwas nicht. Doch, alles okay. Kommt der jetzt oder was? Ja. Plätscher, Plätscher. Draußen sind die Revolutionäre, es wird jetzt schon dunkel. Ah, ist eigentlich gar nicht. Das ist eine schöne Atmosphäre, so ein Sommerabend. Ich weiß gar nicht, wann haben wir überhaupt Sommer oder Frühling. Dreh dich um, dann bist du totlos. Tja. Sieht ja nicht so aus. Oh, jetzt kommt er gleich. Und, habt ihr die Bezahlung erhalten? Wir haben die umgemacht. Wir haben Frankreich und den Orden in den großen Dienstagessen. Das vergesst. Der österreichische Ritus steht immer deutlich zum Templar. So was? Ich. Und? Ach, komm. Warum? Den ist doch der, der ist da. Ah, ne, ist er nicht. Ja, genial. Oh, die Sniper sind noch im Plan. Oh, ich bin weg. Wäre ich oder er? Warte. 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 Jetzt kill ihn. Oder muss ich jetzt was? Oh. 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 Ja. Genau. Vorreck. Das ist mir ein Rätsel. Try it zum dritten Mal. Verdammte Scheiße. Du. Bleib stehen. Und immer. Immer lauern die Assassinen in ihren Schatten. Und warten auf ein Zeichen der Schwäche. Verräter. Bitte. Wer hat mich jetzt gemerkt? Der Sniper. Oh. Oh. Ne. Jetzt nicht. Nein, du musst auch nicht rauf gehen. Aufgeh nicht. Ja. Komm. Lass mal alle aufmischen. Einfach so. Weil's grad so Spaß macht. Was war denn das? Auf. Genau. Lauf noch über den Brunnen. 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 Brunnen rüber. Sonst noch nicht genug Probleme, oder? Wo geht's runter? Ja. Ja. Da geht's runter. Ja. Verdammt. Verdammt. Verlier ihn nicht. Brr. Sind einfach alle hinterher. Und ich. Scheiße, das war richtig gut. Was ist das diesmal? Was? Nö. Hä? Die Ahnung, mein Freund. Nee. Hä? Hüpf. Okay, jetzt einmal mal kurz warten. Wenigstens drehen sich die nicht um. Hoffentlich. Hä? Oh Gott. Alles gefüllt. Warum füllen die eigentlich so zur Dämmung irgendwie? Ach der jetzt auch noch da? Zwei Schwäge und der ist ausgelockt. Da ist noch einer. Verarschen? Lustig, lustig, tralalalala. Langgeladen Zeiten. Sie machen Spaß. Falsche Propheten mischen sich unter das Volk und Versprechen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Kastarde! Der selbe Schritt nochmal. Ah, der hat mich natürlich gemerkt. Demerkt. Wohlgemerkt. Nö, kein Interesse. Danke du Arschloch. Ich denke, dass die Perfekte der Wahrheit nicht so leicht zu besinnen sein werden. Einheit. Starke. Tugend. Heute ist die Wahrheit auf unserer Seite fest. Und hoch mit ihr. Das hier ist... Nee, das ist das falsche Gebäude. Ich will ja nicht zur Wand. Und hoch da. Ich kille jetzt erstmal jeden Sniper. Da. Der sieht mich überhaupt nicht. Ich hab da so'n komisches Stechen in der Magengegend. Ich weiß nicht, ob sie mir da helfen könnten. Geht mir ähnlich. Ich glaub ich hab Magen da. Check. Ein Rundgang auf den Dichern. Einen Moment, Bürger! Was? Ich hab jetzt gar keine Zeit. Für Dich. Ach schon. Noch sicher, mein Bruder. Der Österreicher. Der will doch auch nur seine Sachen verkaufen. So, jetzt sind wir einmal rum, glaub ich. Lass mal kurz ne schöne Aussicht genehmigen. Da hinten willst wir hin. Jaaa. Da lauf ich eben nur kurz zurück. Die Musik ist ja nicht ganz nice. Mh. 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 Oh. Du entkommst nicht, du Madel! Madel. Ich bin wohl eine aussers wohlgekleidete Madel, wie es aussieht, ja? Ah, Madenspeck. Jetzt ist er da hinten. Leck mich doch am Arsch. Verwaschen kann ich mich alleine. So, okay. Wahrscheinlich ist er gleich wieder da vorne, wenn ich da hinten bin. Warum die da die Dächer mit Knochenpulsen? Ja, die sind jetzt nicht mehr so ganz sauer wie, gedanklich. Geht es dir gut, Bürger? Wie geht es dir? Hallo. Ja, gut, danke. Ja, das war als unbeabsichtigt, das... ...kriegt euch gegenseitig. Ich werde gesehen. Ja. Scheiße, wieso ist der denn noch da? Regenerat... nein, jetzt nicht. Mein Gott, warum muss der dauernd sterben, Alter? Alter, warum achte ich denn auch nicht auf die scheiß Lebensanzeige? Vor allem, warum war die nicht voll, oder... ...war das ein... ...Ultra-Shot? Scheiße, Maul. So, jetzt schaffe ich es. Ich mache es einfach so lange, bis es funktioniert. Noch kleine Leute! Ich pöge dir das... ...und erimpft. Immer lauern die Assassinen in ihren Schatten... ...und ficken unsere... ...Templer-Leute. Das kann es doch nicht sein. Mäßig, ja. Erklär mir mal bitte, was das heißen würde, Alter. Ja, jetzt sind natürlich alle... ...alle... ... ... ... ... ... die ich kriege auch noch. Was? Anstatt, dass er jetzt nicht auf ihn einprügelt, Alter. Links, rechts. Sonst ist er keiner, oder? Nein. Vorher ist noch einer. Werner! Tuck. Und weiter! Und weiter! Und weiter! Und weiter! Oh, das war ein schöner Schritt. Kann ich Luftwarten dort machen? Nee, nee! Keine Ungeduld. Da ist den, den, den. Da muss ich mir nur kurz rächen. Wird das letzte Mal. Nö. Der Sniper hat mich gesehen. Ja, das ist ja schön. Bin aber schon nicht mehr gesehen worden. Der ist auch super isoliert, wie der auch hochgekommen ist. Mal was? Der ist auch hoch, der wieder so. Ich hoffe dich, Madre. Ha, ha, stirb! So, nachdem wir das nach uner-sch-glaublichen Umwegen auch mal geschafft haben. Das Schwert steckt in der Wand. Ja. 5 Medipixel noch. Gut. Gut. Doppelluft hat und alles zurzeit. Wenn näher unten nicht so... Jetzt geht's gleich ab. Good night, everybody. Good night, everybody. Ja. 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 Wir haben ein Problem. Christoph hat unseren Feindinformationen gegeben. Ich fürchte, dass dieser Ort nicht länger geheim ist. Wir werden den Zeitplan beschleunigen. Summelt die Männer. Wir greifen L'Hotel de Beauvais heute an. Du Sau, du. Und jetzt nichts wieder raus hier. Boah, das ist gut. Der Meister wurde getötet! Wie kann das denn angehen? Ups. Jetzt einfach... Weg. Bitches. Hier ist immer noch die Zone. Hallo, Mann. Will das bei mir mehr Eva hilft? Ah. Endlich, Alter. Yes, wir haben es geschafft. Ja. Ähm. Attentate aus der Deckung haben wir jetzt nicht geschafft. Aber sonst... Alles paldi. Ja. Perfekt. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich wusste, dass sie den Scheiß jetzt kommt. Lobitzer, Bishop hier. Du schlägst dich gut bisher. Ich gebe dir einen kleinen Boost. Wir haben einen gewaltigen Durchbruch erzielt. Durch tiefgehende Datenanalyse erfuhren wir, dass der Weise, den wir suchen, ein Großmeister der Templer war. Derselbe Mann, den Arno verfolgt. Viel besser geht es ja gar nicht. So, alle Updates wurden installiert. Nutze sie sinnvoll. Wir hören uns. Okay. Was ist das hier? Äh, Assassin-Fähigkeit. Frake-shouldered. Aha. Aufrollen. Luftdoppeln. Ah, jetzt kommen die guten Sachen. Okay. Alles klar. Hm. Das mache ich dann selber. Ich glaube, das ist nicht so spannend für euch. Ich würde gerne das Video beenden. Ja. Ja. Jetzt bin ich hier. Jetzt. Okay. Alles klar. Ähm, ja. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, abonnieren. Leukunde, wenn ihr wollt. Bis hier wissen. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.